ja liebe leute herzlich willkommen nach so langer teil wieder zurück zu let's play fuck my new dawn mit mir und dem rene heute wieder mit normalen wir wollten ein bisschen expedition machen heute mal wieder gut walking haus kernkraftwerk dann machen wir das heute ja der speichert kraft noch jetzt ja bitte und los geht's das kraftwerk ja die expedition sind aber finde ich gut dass ubi es auf die eingeführt hat das ist eine nette abwechslung um das zu schaffen ein cooler neuer spielmodis vor allem für den koop ja auf jeden fall wir sind da wir sind da wow sieh nur was die augemen mit dem kraftwerk gemacht haben sie mal halt finden wir raus was sie erweitet haben da schauen wir mal nicht ok sobald du das paket hast sage ich dir wo wir uns treffen auai wo sie dir levin ich finde das so süß dass er mich immer tiger nennt so da hinten ist der raus das ist ruhig zurück wie immer irgendwie das ist schon was im visier ne ich habe mich wieder mit dem bogen rein ja ich auch ich bin mir hier auf den container gehüpft aber ich sehe immer noch nichts besonders in richtung rauch nicht die sind bestimmt irgendwo da in diesem was ist das da in diesem kraftwerkteil drin oder die fabrik keine ahnung was das ist da uh 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 da hast du was gemacht ja das habe ich gerade gemerkt aber hier oben ist auch ein auto reingefahren da links meinst du in dieses kraftwerk hauptgebäude ich weiß nicht aber eigentlich ja hier war ein feind einer ich weiß auch nicht ob mehr sind so den einen hier beim rauch habe ich ausgeschaltet auf jeden fall ok sehr gut oh da kommt noch einer hochgeschettert der findet die leicht wird sich vielleicht ich habe irgendwo fährt irgendwas da kommt was gefahren da kommt was gefahren hier angehalten ich habe es geschränkt ja ich bin links rein du bist alleine ja ich habe es gemerkt schon ich arbeite mich weiter zum rauch vor und zum weg ich höre du mal unseren backup da ist keine Ahnung wie du willst ich höre du mal unseren backup hier bekommt panzer knacker die kann man ein bisschen looten ich höre das ich höre das piepen schon aber auch schnell vielleicht kommen zu dir jetzt dir hört wohl gerade alles hat den Kopf unten also ist auf jeden Fall noch nicht alles da aber ja übrigens kann es ein bisschen sein dass wir uns beide sehr kränklich anhören weil du hast dich genauso erklärt wie ich auch ich bin es auch tatsächlich ja ich tatsächlich auch da fehlt kein Weg drauf dabei da unten ist ein Scharfschütze ja das ist doch dieses Umschwungwetter momentan ey das ist der Wahnsinn ich fahre noch mit dem Fahrrad zur Arbeit na gut ich habe ein Auto ich bin gerade voll konzentriert was? naja du tun es doch hier wach in Ruhe ich oh ja die läuft mir genau ins Visier oh ich bin jetzt habe ich sie da ich höre ich jetzt zumindest keine Stimmen mehr oh feinde ich sehe noch nicht wo ok mach die Musik aus ich wüsste ich wo jetzt die haben eine Leiche 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 ja 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 ok hier ist irgendwo ist in unserer ne ist auch einer was wir mal von der Stimme her habe ich den gehört in dieser Halle hier wo wir drin sind ich habe eins das ist ein sehr gut ich bin im Prinzip über die drüber ja 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 ich weiß wo die sind ok also ich bin jetzt hier gerade am arbeiten sehr gut sehr gut hab ihn das ist hier unten das Paket bei mir ok soll ich das nehmen oder willst du das nehmen? nehm du darfst du kennst euch den Weg ok bist du bereit? für die Flucht? ja ich habe sie schön in die Wand genagelt die alte hier ok ich habe es Paket aufgehend raus hier raus hier raus hier raus hier ok ja ok äh jetzt treffen wir uns äh es gibt einen äh Turm auf der anderen Seite von äh einem Turm merce diese Sprache macht dich ich vermute es ist da hergekommen wo ich hergekommen bin äh Achtung mir wird was komisches angezeigt seht bei der Beute nach jemand hat unsere Beute gestohlen geht auf die Jagd die Highwaymen schicken ohne Ende Verstärkung also verschwinde keine Zeit und lass uns so schnell es geht abbauen ich bin unterwegs weiter zu dir ja sehr gut ich bin nur einen besonderen Weg gegangen ja klar ich würde ich bin da ich weiß ich komme ich bin da Oder so. Sprengpfeile. Bist du auf der Flucht. Ach du, ich komme jetzt. Schätze, wir sollten schnell nicht von hier verschwinden. Was soll geht der dir? Davin. Ja, ich komme. Äh, warte mal. Ich bin hier nicht. Ah. Er will nicht. Wenn du mir gerade den Weg frei hinzugeben hast. Ich muss hier zurück. Stell dir Seite. Ja, alles gut. Jetzt bin ich drin. Später. 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 sehr gut hat sich auf jeden fall gelohnt kurz munizion aufsehen so walking house kerkraftwerk ist freigeschaltet logbook öffnen wir haben aber noch mehr ja aber noch genügend zu tun ne ich meine als ich hab 10.878 ethanol ok aber auch mich ne ich hab 190 ich glaub Fahrzeuge kann ich damit noch herstellen so jetzt endlich munizion nachfüllen warte mal ich will mal gucken vielleicht kann ich aber jetzt schon was verbessern zum beispiel den bogen tatsache kann ich ha 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 ok teilen gucken wir mal hat er jetzt wieder weg der typ oder kraftvolle ausstrahlung weißt du ok ich krieg keine weitere nicht? nö dann war das die letzte krass ok dann machen wir das jetzt doch stimmt die erste das waren wir hatten wir schon weißt du wie man mal gesagt hat ja dann haben wir die nämlich jetzt alle durch dann fangen wir jetzt als erstes an mit weil wir grad schon dabei waren mit dem kerkraftwerk dann machen wir das ding oder wir sollen mal versuchen von der vergangen machen wieder von vorne würde ich sagen oder gut dann machen wir so dumm dann fangen wir jetzt auch mit den expeditionen auf stufe 2 ja gut schuss 2 ist ist okay die schwierigkeit stufe 3 wuchze wuchze ist was an 10 6 6 7 7 8 Ich sehe den Flugzeugträger. Da ist viel mehr los als beim letzten Mal. Gollis, ich asse die Highwaymen. So. So, auf geht's. Ach, das ist gut. Ja. Lass mal gucken, da oben sind zwei. Okay. Da ist einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Und jetzt sind das alle. Ne, alle sind das nicht. Definitiv nicht, glaube ich nicht. Aber alle, die wir jetzt kriegen... Das Scharfschützengewehr auspacken. Ich muss gerade weg da, weil wir da entdeckt werden und so. Oh. Oh. Jawoll. Jawoll. Genau. Woher? Ja. 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 Bravo. Ja. 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 Dann sind wir zweite Scharfschützen oben habe ich auch geholt. klatsch einer ist weg den habe ich schon mit dem sägeblattwerfer geholt ja auch der zwei der rechtes und ich muss erwarten dass das feld grün ist dann kann ich sie alle holen da oben da komme ich nicht ran von hier oben links jetzt sind die zwei aufeinander die kriege ich auch nicht geholt ich komme mal lange vor sie dir ja ich habe mich langsam umrangig ich bin jetzt drauf gleich wieder rücken zu mir schon klar die sind beide neben dem schiff stings hier ist das ding da steht auch noch im rucksack wo man so das ist alle down jetzt was zum lesen ich hoffe dass wir alle sind gut dann sag bescheid wenn ich losgehen kann dann kann man nämlich raus willst du das nehmen? von mir aus nehmen das war's halte durch ich sag dir wo du hin musst im nordosten ist ein Leuchtturm geh doch hin und ich sammle dich ein ich bin fast da ich bin fast da ich bin fast da ich bin voll falsch gelaufen ich bin einfach auf dem schiff ganz hoch da bin ich mit dem wingfoot hingeflogen ich bin einfach auf dem schiff ganz hoch da bin ich mit dem wingfoot hingeflogen ich bin fast unterwegs zu dir 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 Die Ratte hat Hilfe. Macht das dem Hubschrauber Feuerwerk, bevor die abhauen. Ah, der Ansturm ist schon härter so, ne? Mh. Zwei. Definitiv. Da links kommen noch zwei. Ich bin hier. Los, hier, los, hier, los! Oh, fast selbst. Ich sehe wen. Schieß, schieß! Niemand bestiehlt uns und überlebt. Hätte mich Opfer, Alter. Ja. Das stimmt überhaupt so. Ich muss mich mal abschicken, Alter. Ich glaub's. Doch. Das hat der Jem schon erzählt. Ja, wir machen's nochmal. Boah, ich hab den noch gekehlt. Tch. Tch. Gut, dann machen wir jetzt gleich den zweiten Anlauf der nächsten Expedition, aber danach würde ich jetzt mal Feierabend machen mit der Folge, wenn er jetzt gerade fertig ist. Drei Expeditionen in der Folge. Für euch Leute. Zwei haben wir gemacht. Ne, drei. Die erste, jetzt noch eine, wenn wir jetzt noch eine machen sind es drei. Ich mache jetzt Feierabend. Jetzt Feierabend. Wir sind bei circa 24 bis 25 Minuten. Mittlerweile schon. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann geht es mit Teil zweiter Expeditionen weiter. So, warum ist das richtig? Bis zur nächsten Folge. Tschüss, tschüss.